Achtsamkeit, heute Atemachtsamkeit nach dem Satipatthana Sutta. Wir werden erst einmal eine kurze gemeinsame Rezitation zur Motivationsentwicklung lesen und dann den Anfang des Satipatthana Sutta hören oder auch mitlesen, wo es um die Achtsamkeit auf die Atmung geht. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Friedfertigkeit zu kultivieren. Unsere ruhige Meditation soll dazu beitragen, dass wir der Frieden sein können, der in der Welt so dringend benötigt wird. Wir sind so geistesgegenwärtig wie nur möglich, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer, geduldiger und freundlicher sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Wir könnten also unsere Achtsamkeitsmeditation, unsere Atemachtsamkeit mit einer solchen Motivation üben. Aber um diese Qualitäten, die hier benannt werden, entfalten zu können, benötigen wir selbst eine Stabilität in unserer eigenen Praxis. Und wir können um geistigen Schutz für unsere Übung bitten, indem wir uns auf eine spirituelle Kraftquelle wie die drei Juwelen ausrichten. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita Möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Aus dem Anfang des Satipatthana Sutta, der Lehrrede über die Verankerungen der Achtsamkeit, Atemachtsamkeit. Nachdem der Buddha seinen Zuhörern, seinen Schülern empfohlen hatte, sich an einen abgelegenen Ort losgelöst von allzu viel Geschäftigkeit zu begeben, gibt er ihnen die folgende Anleitung zur Atemachtsamkeit. Wir hören erstmal die Hälfte dieser Passage und dann später in der Mitte der Sitzung die andere Hälfte. Und wie ihr Bhikkhus, ihr Mönche, ihr Schüler, verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet. Da setzt sich ein Bhikkhu, ein Schüler, ein Meditierender, nieder, nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist. Nachdem er oder sie die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich verankert hat, atmet er, atmet sie völlig achtsam ein, achtsam atmet er aus. Wenn er lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Und wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Wenn sie kurz einatmet, versteht sie, ich atme kurz ein. Und wenn sie kurz ausatmet, versteht sie, ich atme kurz aus. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Sie übt sich so, ich werde ausatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei die Gestaltung, die ganze Gestalt des Körpers beruhigen. Sie übt sich so, ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Sie übt sich so, Wir haben also jetzt diese Einladung oder Anleitung des Buddha, einfach zu sitzen und bewusst zu atmen, vernommen. Jetzt finden wir erst mal uns ganz hinein in die Meditationskörperhaltung. Die Erdung nach unten hin ist wichtig, um uns ein Gefühl von Stabilität zu verleihen. Die Aufrichtung nach oben, bei der wir auch Raum schaffen im Körper und den ganzen Körper in unsere Achtsamkeit einbeziehen. Natürlich dürfen wir auf Entspannung in dieser Position Wert legen. Und dann begegnen wir so sitzend der natürlichen Atembewegung, die sich ganz von selbst ereignet. Und dann schauen wir nach, wie diese Atmung sich zeigt, in welcher Qualität sind uns der Einatmung wie der Ausatmung gleichermaßen gewahr, wenn sie geschieht. Wir atmen völlig achtsam ein und völlig achtsam aus. Wir sind ganz dabei, während die Einatmung geschieht und ganz dabei, während der Ausatmung geschieht. Nichts anderes ist mir wichtig, während wir so sitzen und üben. Die Welt darf sich ein bisschen zurückziehen aus unserer Wahrnehmung und aus unserem Interesse. Der Atem steht ganz im Mittelpunkt unserer Geistesgegenwart. Der Atemzug kann entweder uns als lang und ruhig gelassen oder auch als kurz und etwas schnell sich ereignend vorkommen. bemerken wir, wie es ist. Es geht nicht so sehr darum, mutwillig, lang oder kurz ein- oder auszuatmen, sondern zu bemerken, wie der Atem von selbst ist, wie er sich gerade ereignet. Und wenn wir bemerken, dass wir lang und ruhig und gelassen einatmen und auch ausatmen, dann wissen wir, wir atmen lang und ruhig und gelassen ein- und aus. Und wenn uns die Atmung eher als kurz, vielleicht sogar nicht ganz vollständig erscheint, wenn wir auch nur kurz dabei sein können mit der Achtsamkeit, dann wissen wir auch dies. Der Einatmen, wieder ausatmen, erscheint mir eher als kurz. Lang oder kurz? Was ist das? Was ist das? Vielen Dank. 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 Nh Und da könnte man dann noch weitergehen in die Empfindungen und später auch den Geist betrachten. Aber hier sind wir jetzt am Anfang des Satyapathana Sutta, in dem, was wir hier gehört oder gelesen haben. Da geht es nur um den Atem im Körper. Das sind wir zurück in unsere Haltung und vielleicht auch in dieses Gefühl, ein bisschen losgelöst von unserer Gewohnheitsumgebung zu sein, selbst wenn wir mitten in unserem Zimmer sitzen, denn wir hörten ja, es wurde uns empfohlen, einen abgelegenen Ort aufzusuchen. Das heißt im Wesentlichen, sich mal für die Zeit der Meditation ein bisschen herauszunehmen aus diesen Gewohnheitsgedanken vielleicht, dass wir da sind, wo wir immer sind oder gewohnt sind zu sein, als wäre dieser Ort, an dem wir uns jetzt befinden, ein bisschen abgelegen von allem, wo wir sonst so beschäftigt sind. Der Buddha fährt fort, seinen Zuhörern dies zu erläutern. So wie ein geschickter Drechsler oder sein Gehilfe versteht, wenn er eine lange Drehung macht, ich mache eine lange Drehung. Oder wie er versteht, wenn er eine kurze Drehung macht, ich mache eine kurze Drehung. Genau so versteht ein Bikku, ein Übender, wenn er lang einatmet, ich atme lang ein. Oder wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Wenn sie kurz einatmet, versteht sie, ich atme kurz ein. Oder wenn sie kurz ausatmet, versteht sie, ich atme kurz aus. Sie übt sich so. Ich werde einatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so. Ich werde ausatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Er übt sich so. Ich werde einatmen und dabei die Gestaltung, die ganze Form des Körpers beruhigen. Sie übt sich so. Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Vielen Dank. 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 Oder sie verweilt, indem sie die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren im Körper betrachtet. Also das, wodurch der Körper entstanden ist und das, wodurch der Körper auch vergehen wird oder seine Möglichkeit, sich wieder aufzulösen, auch zu betrachten. Oder die Achtsamkeit, dass da ein Körper vorhanden ist, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und er verweilt unabhängig, haftet an nichts in der Welt an. Auf jene Weise verweilt ein Bikku oder eine Bikuni, indem sie oder er den Körper als einen Körper betrachtet. Das aus der wörtlichen Übersetzung des Satipatthana von Annalayo Bikku Annalayo Bikku Und wir schließen unsere Meditation mit guten Wünschen und einer Widmung ab. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übungen in Achtsamkeit, Geistesruhe, wacher Präsenz und Herzenswärme, dem Frieden in der Welt und in den Herzen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.